Herrlicher Sonnenschein heute. Aber das ist ja hier geil! Weißt du was, Bernd? Wir könnten, wenn wir hierher kommen, dann könntest du auch so eine Holzhütte mieten. Ja, ja. Da könnt ihr auch mal so ein Wohnmobil mieten. Aber ich weiß nicht, ob ich dazu Lust hätte. Ach, ich brauch das auch nicht. Jetzt hier, nee, weil es ist noch mehr Action auf engen Raum und dann... Aber diese kleinen Häuser sind die süß! Ja. 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 Ja, ja. Ja. Das war mal der Campingplatz von oben. Das ist ganz schön groß der Platz. Sieht aber nicht schlecht aus. Das ist ganz schön groß. So vom Wald über die Bühne direkt an den Strand. Das ist ein wunderschönes Fleckchen Erde. Da hinten ist wieder die Seebrücke von Zenowicz, rechts. Heute wieder eine Wanderung, das Wetter meint es gut mit uns. Da machen wir das natürlich. Heute geht es mal in die andere Richtung. Gestern sind wir Richtung Kosovo gewandert. Heute geht es mal Richtung Karlshagen. Jetzt auch wieder so acht bis zehn Kilometer. Mal sehen, ob wir jetzt schaffen, wie wir da hinkommen. Zurück wird es wahrscheinlich wieder mit der Bahn werden. Okay, dann werde ich mal weiter berichten, wenn es etwas zu berichten gibt. Das ist ein wunderschönes Fleckchen. 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 Das ist ein wunderschönes Waldhof. Das ist ein wunderschönes Fleckchen. Diese tôchenhol ungeignet werde ich sicher. Aber es läst ging, wenn 나 Cuando an das F Aus Siebertrassenheide. Vom Strand die Düne hoch, wieder in den Wald rein. Den Waldweg Trassenheide haben wir hinter uns. Oh, nichts Besonderes da. Mal weiter hier Richtung Karlshagen. So, das ist der nächste Ort. So, angekommen inzwischen im Ostseebad Karlshagen. Jetzt können wir mal in den Ort rein gehen und mal schauen, was sich hier so tut. Solche Spielplätze hätte ich als Kind auch gerne gehabt. Oh, hier ist der Strand von Karlshagen. Tuck, 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 Tinovet. ,, Rundfunk Der nächste Halt ist Trassenhohe. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist sie doch vertrieben worden, weil da oben ein Musikus ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020